Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher. Guten Herzlich Willkommen zum Mediengespräch vor unserem Heimspiel am kommenden Samstag, 13 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf. Tickets gibt es keine mehr, sowohl alle Gäste-Tickets sind vergriffen, als auch der Heimbereich. Da hatten wir nochmal 1.350 Tickets bereitgestellt für die Haupttribüne W1 bis W4. Die Tickets waren innerhalb von wenigen Tagen weg. Alle Leute, die sich für den Bereich mit Karten eingedeckt haben, denen sei gesagt, dass der Zutritt für die Haupttribünenplätze ausschließlich über den südlichen Bereich bei der Ligenschenke, da der Eingang da durchs Mundloch erfolgt, also quasi auch die, die für den nördlichen Bereich der Haupttribüne Plätze haben sollten, bitte auf der Haupttribüne dann über die Haupttribüne laufen. Aber Eintritt ist ausschließlich über das Mundloch im südlichen Bereich. Gut, soviel dann schon zum Organisatorischen, zum Sportlichen. Eure Fragen bitte an unseren Cheftrainer Thorsten Lieberknecht. Jan Felber, da geht die Hand hoch. Ja, moin, hallo in die Runde. Dann gleich mal die erste Frage. Wie ungewohnt wird es denn sein, wenn auch Fans hinter dir sitzen? Dann musst du dich da irgendwie umstellen am Samstag? Oder ist das total egal? Naja, egal ist es tatsächlich nicht. Es ist sicher eine ganz neue Situation erst mal. Aber eher eine freudige, positive Situation, dass man diese Tribüne jetzt ein bisschen teilgeöffnet hat und letztendlich ein paar Zuschauer mehr drin hat. Hoffentlich sind es eher Darmstadt-Fans, die dann hinter mir sitzen. Nicht so viele Fortuna-Fans. Ansonsten glaube ich, da ich ja sehr hellhörig bin, kriege ich den einen oder anderen Tipp dann zugerufen während dem Spiel. Ob ich den umsetze, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ja, es ist eine neue Situation und zeigt aber, dass wahrscheinlich die Freude dann noch größer sein wird, wenn hier alles fertig ist. Und das ist, glaube ich, ein Teilgeschmack dessen, was man hier an so einem Tag fühlen kann. Wenn man sich vorstellen kann, wenn das ganze Stadion hier komplett fertig ist, dann ist das, wie ich finde, wirklich ein super Standort, ein super Stadion, was man hier hat, wo ich sage, das hat echt einen mehr als kultigen Charakter, wenn das alles fertig ist. Und ich freue mich tierisch darauf und jetzt eben halt auch, wenn man da schon ein bisschen teilgeöffnet hat. Aber das ist echt eine geile Atmosphäre, das ist ein geiler Standort hier, das muss ich sagen. Letztes Mal hatte ich jetzt so eine Situation, dann durfte ich hinten ein Interview machen, dann habe ich Blick hinten in den Wald rein gehabt. Das ist traumhaft, also die Städte hier ist traumhaft und der Zugang hierhin, also ich bin hellauf begeistert von der ganzen Geschichte und deswegen freue ich mich, wenn ein paar Zuschauer hinter mir sitzen und vor allen Dingen aber auch mit anfeuern, dass wir gewinnen. Wie machen weiter mit Sina Schindler von Hidrati FFH? Können Sie vielleicht ganz konkret was zur personellen Situation sagen? Können Sie auf alles zurückgreifen, wer fällt aus? Ja, also es gibt ein paar Ausfälle zu vermelden. Wir haben weiterhin den Oskar Wilhelmsson als verletzten Spieler, der allerdings im Aufbautraining ist. Das heißt, er ist wieder im Lauftraining, er macht individuelle Arbeit mit dem Ball, also kommt zumindest erst mal aus so einem Loch raus, das er eben halt auch körperlich jetzt aufholen muss. Aber er wird ausfallen. Klaus Gersula fällt weiterhin aus. Ich glaube, da werde ich auch beim nächsten Spiel nichts Neues verkünden können. Er ist längerfristig. Dann haben wir Matthias Honzak, der einen Rückschlag bekommen hat mit seiner Rückenproblematik, die er hatte. Die ihn eben halt auch sehr lange außer Gefecht hat setzen lassen, jetzt bevor er wieder kurz trainiert hat und kurz gespielt hatte. Dann haben wir den Alexander Brunst, unseren Torhüter. Der fällt mit einer Corona-Infektion aus. Und neu dazugekommen ist heute Fabi Schnellhardt. Der hat einen Außenband-Teilabriss im Knie und wird für vier bis sechs Wochen auch ausfallen. Die Verletzung wird konservativ behandelt. Das heißt, ein OP ist nicht vonnöten, aber Schnelli ist natürlich, wie wir auch heute Morgen, komplett geschockt gewesen von der Nachricht, weil er, wie gesagt, gestern ein Training komplett trainiert hatte und über Nacht dann Schmerzen bekommen hatte. Und es gab wohl eine Situation im Training, die dazu geführt hatte. Aber er hat, wie gesagt, das Training komplett durchgezogen. Ich war danach auch jetzt nicht irgendwo in der Situation, dass man das Gefühl hat, hat schon einer verletzt. Aber über Nacht hat er so Schmerzen bekommen, dass er heute Morgen sofort ins MRT gekommen ist. Und da hat man festgestellt, dass er sich im Außenband, am Knie, einen Teilriss zugezogen hat und jetzt schon ärztlich versorgt worden ist. Nochmal, Jan. Kommen wir mal zum nächsten Gegner. Also Fortuna Düsseldorf, ich hole jetzt keine Statistiken raus, versprochen, aber so ein bisschen der Angstgegner des SV 98. Das war, glaube ich, auch die einzige Mannschaft letztes Jahr, gegen die er beide Spiele verloren hat. Wenn ich jetzt richtig zurückdenke, war das Fortuna Düsseldorf. Was erwartest du für einen Gegner, die ja auch jetzt als Vierter, glaube ich, sind und auch ganz nach oben wollen und sicherlich auch das Potenzial dazu haben? Was erwartet uns für ein Spiel? Was erwartest du für einen Gegner? Wie wird das hier werden am Samstagnachmittag? Ja, grundsätzlich erwarte ich erstmal den klassischen starken Gegner mit einem Kader, der auch in der Breite extrem gut besetzt ist. Letztendlich auch, wie gesagt, einen Aufstiegskader darstellt. Aber letztendlich, was uns genau erwarten wird, kann ich auch jetzt nicht vorhersagen. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Aber der Gegner grundsätzlich hat die Qualität eben, dieses Jahr im Aufstiegsrennen in Wörtchen definitiv mitzureden. Und von daher der klassisch starke Gegner. Stefan Kündern, Kicker, neben dem Dopp. Ja, Thorsten, hallo. Also, ich wollte nochmal fragen, mit Fabi Schnellhardt, wie sind denn da die Überlegungen, den zu ersetzen? Klaus Schasula habt ihr ja schon mehrfach ersetzt in dieser Saison, da gibt es ja bestimmte eingespielte, wie soll ich sagen, Mechanismen oder wie man ihn eben ersetzt. Aber Fabi Schnellhardt, ihr seid ja auch relativ dünn besetzt im zentralen Mittelfeld. Also, wie sind denn da deine Überlegungen, wie das kompensiert werden könnte? Wie immer eben, wenn wir zwei Tage noch vor dem Spiel sind, dass mehrere Überlegungen da sind. Und da eben die Reife noch nicht gekommen ist, bei mir zu sagen, so werden wir es jetzt machen. Aber wir haben jetzt ein paar Jungs, die mit Sicherheit dort in die Breche springen müssen, vor allen Dingen auch. Wir müssen uns auch grundsätzlich besser zeigen. Ich war auch mit dem Auftritt in Paderborn überhaupt nicht zufrieden. Das habe ich der Mannschaft auch am nächsten Tag mitgeteilt, weil wir einfach aus meiner Sicht kein gutes Spiel abgeliefert haben, auch wenn wir drei Punkte geholt haben. Wir müssen individuell, müssen wir uns grundsätzlich nochmal, gerade gegen Düsseldorf nochmal, besser zeigen. Nicht nur die, die Augen scheinen an so einem Tag, wie jetzt Paddy Pfeiffer einen extrem schlechten Tag hatten, sondern auch alle anderen drumherum. Ich glaube, wir können alle besser spielen. Und deshalb habe ich der Mannschaft eben auch gesagt, dass es gut ist, trotzdem, dass wir in dieser Situation mit 21 Punkten zweiter Tabellenplatz trotzdem das Gefühl haben, wir können uns massiv verbessern in vielen Punkten. Und das muss uns antreiben. Und das ist jetzt erstmal die Geschichte, dass wir uns als Mannschaft besser präsentieren wollen. Und jetzt letztendlich müssen wir es, wie wir es jetzt schon von Anfang an der Saison haben machen müssen, kreativ bleiben, wie ersetzen wir jetzt einen Spieler. Schnelli ist halt einer, wo ich sagen muss, es ist halt seine Art zu ersetzen, ist total schwer, weil er natürlich unglaubliche Ballsicherheit hat. Und in unserem Spiel natürlich diese Balance gibt, die man braucht, Spielaufbau, Spieltiefe, aber auch Schnelli hat auch gelernt, eben defensiv wirklich als kreativer Spieler, defensiv sehr verantwortungsvoll zu spielen. Und da müssen jetzt alle in die Breche reinspringen. Und klar haben wir da ein paar Jungs, die da im Kopf rumschwirren, wie wir es jetzt endlich dann lösen werden, würde ich jetzt heute mal noch etwas passiver bleiben. Das heißt, er hat die Sprunggelenksverletzung gehabt und dann im Zuge der Sprunggelenksverletzung, wo er eigentlich wieder Richtung Platz gehen sollte, kam ein schwerer grippaler Infekt dazwischen. Und davon hat er sich jetzt erstmal erholt, sodass er jetzt auf dem Platz sein Lauftraining und eben jetzt sein Aufbautraining machen kann, damit er körperlich eben das aufholt, was er braucht. Und deswegen ist es da, ich bin da jetzt wirklich sehr vorsichtig, ich bin da optimistisch, dass wir ihn bald jetzt auf dem Platz sehen. Aber jetzt geben wir ihm die Zeit erstmal körperlich, diese fünf Wochen, die er jetzt raus war, aufzuholen. Aber auch das ist jetzt was, was uns die ganze Saison auch schon begleitet. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, dass wir viele Spieler haben, die keine Vorbereitung hatten, die, wie Thomas Ischerwut, als ich das erste Mal mitgenommen habe, am Tag vorher das erste Mal trainiert hatten. Und dann hat er ihn trotzdem mit in den Kader genommen. Wir müssen diese Jungs aufpäppeln im Spielbetrieb und das macht das Ganze noch schwieriger für uns. Aber ich habe mich ja jetzt kennengelernt, trotzdem immer halt so, dass wir positiv bleiben und nicht lamentieren. Und weil es eben auch nicht unsere aller Art ist hier, sondern den Jungs jetzt das Vertrauen geben, reinzugehen und ihr Bestes zu geben. Ich habe ja gesagt, dass ich noch Namen auf der Liste habe. Aaron Seidel, da warst du in der letzten PK nicht so optimistisch und da war er plötzlich doch auf der Bank. Wie kam es? Das ist Wahnsinn. Der hat dann am Tag davor, hat er das erste Mal ein individuelles Training gemacht, wo er gesagt hat, er spürt nichts mehr, er fühlt sich eigentlich ganz gut an. Dann haben wir das Abschlusstraining gehabt und da hat er gesagt, ja eigentlich funktioniert alles. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns auch umgeguckt an der Kabine, so viel ist dann auch nicht mehr da. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir dich halt mit und dann war er dabei. Der letzte Name, den ich noch habe, du hast du vorhin auch selber erwähnt, Paddy Pfeiffer, was war da los mit ihm? Ich fand wirklich, dass die beiden anderen Abwehrspieler sehr ordentlich gespielt haben, aber Paddy hatte einen komplett schwarzen Tag. Gab es da einen Grund dafür oder war das einfach ein schlechter Tag? Ja, das ist ja das, was Paddy Pfeiffer in seinem jungen Alter einfach auch drin haben darf, ich sage es mal so. Dass er einfach wirklich einen komplett schlechten Spieltag hat. Entscheidend ist, wie er mit der Situation umgeht, wenn er denn im nächsten Spiel ran darf, wie er sich dann präsentiert. Das ist das Entscheidende, aber es gehört einfach dazu, dann den Jungen vielleicht nicht zu bestrafen mit der Auswechslung, sondern drinnen zu lassen, sondern dass er da mit seiner Aufgabe wächst. Und er hat dann ganz zum Schluss seinen ganz wichtigen Kopfball nochmal weggeköpfelt. Von daher war es dann wichtig, dass wir die Größen noch auf dem Platz hatten. Aber ja, das war ein schlechter Tag, aber er weiß auch, die Konkurrenz ist da, es ist schade. Thomas Ischerwood kommt zurück, Clemens Riedl trainiert hervorragend, was für uns halt total wichtig ist. Er sieht es und das ist zumindest da in dem Bereich wichtig, dass wir sehen, okay, alle müssen auf Spannung bleiben im hinteren Bereich, um ihren Platz nicht zu verlieren. Personalfragen gibt es wahrscheinlich jetzt keine mehr, aber andere Fragen vermute ich schon noch. Markus Philipp, hessischer Rundfunk. Ja, Thorsten, du sagst ja selbst, Lamentieren ist nicht so euer Ding, aber ihr wirkt ja auch wirklich entspannt. Janik Müller hat gesagt, es ist auch dieser Konkurrenzkampf, der in der Mannschaft auch für dieses belebende Element sorgt. Ist es auch das, was dir so eine leicht relaxte Haltung verschafft, dass du sagst, jo, wir haben immer noch einen passenden Ersatz? Ja, ich hätte schon gern noch mehr Spieler zur Verfügung. Wir sehen gerade im vorderen Bereich, da hatten wir schon die Situation, dass wir natürlich überlegt haben, wie können wir da nochmal die Konkurrenz mit einem Neuzugang ankurbeln, weil wir wissen eben, die vorne machen einen unglaublich guten Job, nicht nur, dass sie ein Tor schießen, sondern wie sie halt arbeiten und das kostet natürlich total Körner. Aber zumindest die, die da sind, und wir haben ja nochmal, die, die da sind, die haben ja auch die Qualität untereinander, sich eben über Trainingsinhalte, über Trainingssituationen, Trainingsspiele, da merkst du schon, dass wir viele halt auch aus dem letzten Jahr wirklich auf gleiche Ebene gebracht haben. Wenn ich an die Außenverteidiger denke, Matze Bader in Konkurrenz mit Frank Ronstadt, Fabio Holland in Konkurrenz mit Eko Karic, das ist, ich würde jedem von, also ich tue beiden letztgenannten Karic und Ronstadt immer total weh, wenn ich ihn nicht spielen lasse, weil ich weiß, die würden es mit Sicherheit, so wie Eko es jetzt in Pader Bonn auch gezeigt hat, als er reinkam, eins zu eins komplett ersetzen. Auf der anderen Seite ist eben halt aber auch die Situation, dass so ein Bader und Holland das massiv halt konstant gut gemacht haben. Aber wir haben alle auf eine Ebene schieben können. Und das ist erst mal das auch, was wir ja gesagt haben, wir brauchen nur diese Konstanz in der Truppe, wir sehen da noch Potenzial in den einzelnen Spielen, wollen das auch fördern, weil oftmals ist das so, dass halt das, was nahe liegt, ist manchmal besser, als das, was man vielleicht in der Ferne immer sucht. Und das ist jetzt schon gegeben. Trotzdem, glaube ich, tut uns, wenn ein Oskar da wäre, in Vollbesitz seiner Kräfte, ein Klaus da wäre, ein Honsi da wäre, das wären schon nochmal Anschübe innerhalb der Truppe. Aber sie sind jetzt nicht da. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die anderen eben halt wissen, das, was wir immer propagieren, wir Trainer, die Zeit wird kommen, bleibt dran, trainiert und bleibt seriös und dann bekommt ihr auch eure Belohnung. Und wenn ich den Oktober einfach sehe, mit den massiven Spielen, die wir haben, erst mal jetzt angefangen Düsseldorf, KSC, Pokal, Gladbach, dann, warum auch immer, zwei Tage später dann gegen Kiel, das ist schon eine Massivität, wo wir mit Sicherheit alle Mann gebrauchen werden, beziehungsweise wo ich mich auch darauf freue, dass ich sie gebrauchen muss, weil ich die Jungs eben halt auch belohnen möchte, dass sie spielen und dass sie sich dann selbst auch belohnen mit einer guten Leistung. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist einfach auch die Tatsache, dass ich wirklich ein tausendprozentiges Vertrauen in meine Mannschaft, meine Spiele habe, weil sie auch wissen, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen sich menschlich zeigen, sie müssen keine Maschinen sein. Das Einzige, was ich von ihnen erwarte, ist, dass sie wirklich ihr Herz auf den Platz lassen. Das ist das Einzige. Und das müssen sie immer sichtbar zeigen, das sehe ich im Training. Und deswegen bin ich da, zumindest jetzt erst mal entspannt. Ich weiß aber auch, dass die Anspannung größer wird, je näher das Spiel kommt. Und wenn der Spieltag dann da ist, bin ich auch froh, wenn er angepfiffen ist, weil dann ist all das, was man vorher besprochen hat, dann auch, spielt dann keine Rolle mehr, weil die Jungs müssen es dann zeigen, mit uns, mit dem Trainerstab zusammen, dass wir so ein Spiel wie in Paderborn einfach auch gemeinsam gewinnen. Es sind die Jungs auf dem Platz, aber dann, glaube ich, sind es auch wir draußen, die viel in Paderborn im Trainerteam halt auch besprochen haben, neu reguliert haben, umgesetzt haben, um das Spiel eben halt dann auch, um so einen Zugriff zu bekommen. Und deswegen, lass es uns anpfeifen. Eine Frage habe ich schon noch vom Anpfiff, und auch wenn Jan es fast verboten hat, sag mir bitte doch mal was zu Tobi Kemper. Jetzt der beste Assistman aus der zweiten Liga, mit 33 Jahren immer noch eine der ganz großen Stützen dieser Mannschaft. Was zeichnet ihn aus? Höchste Seriosität in der Trainingsarbeit. Die Schlaune ist, sich mal rauszunehmen aus der Trainingseinheit, um seinen Körper zu erholen. Die kriegt er aber auch von mir. Wir haben eine sehr, sehr gute, glaube ich, Kommunikation. Er weiß, dass ich ihm eine hohe Verantwortung gegeben habe, eben, dass er genau in seinem Alter mit seiner Art, die man vielleicht jahrelang einfach auch gesehen hat in der Schublade, dass er eben nicht, dass er nur der kreative Kopf ist und für besondere Spielmomente da ist, sondern dass er eben halt jemand ist, der eine Mannschaft auch mitführen muss, mit seiner Art, wie er sich präsentiert im Training. Also Seriosität, höchste Professionalität auf dem Trainingsplatz, nach den Trainingseinheiten, vor den Trainingseinheiten, aber auch mal die Lockerheit, wenn der Trainer mal nicht dabei ist. Da weiß ich nicht, wie, da ist er mit Sicherheit auch noch professionell. Tobi, oder? Ganz bestimmt. Ja, aber das zeichnet ihn aus. Und dann einfach jemand, der sich nichts schert auf dem Platz, sondern Beusch weiß, der macht Job, wenn Spieltag da ist. Trotzdem hat er auch mal bessere und schlechtere Tage. Aber so momentan ist er jemand halt, der ganz genau weiß, wenn er funktioniert, wenn der Standard liegt, weiß um seine Verantwortung, dass der Ball, wenn er präzise kommt, dann eben auch eine richtige Gefahr ausstrahlt. Und ich mag ihn wirklich, so wie alle meine Spieler, aber er ist bei mir wirklich auch so tief im Herzen drin, weil ich finde Spieler halt sensationell gut, die was widerlegen, die was widerlegen, was man vielleicht in der Schublade drin hat, dass man ihnen das nicht zutraut, dass man wie letztes Jahr ihnen eben nicht zutraut, vielleicht eine defensivere Position auszuüben, das liebe ich an ihm, deswegen ist er bei mir da am Herzen drin, weil er dem komplett nachkommt. Und er reicht aber auch mit den Lobeshymnen, das muss er halt dann auch wieder von Woche zu Woche bestätigen. Jan Felber nochmal. Keine Personalfrage tatsächlich. Nochmal kurz, ich fand es jetzt ganz interessant, weil du gesagt hast, du hast eigentlich in Paderborn eigentlich sehr, sehr viel noch zu kritisieren gehabt, trotz des Sieges. Da hat mich der Eindruck nicht getäuscht, dass du irgendwie nicht sonderlich zufrieden warst in der Pressekonferenz, im Gegensatz zu dem Verlierertrainer in dem Fall, zum Lukas Kwasnjog, der total entspannt war und das eigentlich alles total super fand. Aber jetzt haben wir natürlich in dieser Woche auch bei medialer Betrachtung überall, viele Medien haben versucht, irgendwie die drei oder fünf Gründe zu suchen, warum der SV 98 jetzt tatsächlich nach diesem Sieg eine Spitzenmannschaft ist. Und ihr, ist das jetzt ein Treten auf eine Bremse oder ist das wirklich so gewesen, dass du mit dem Spiel, außer dem Ergebnis, dass du sehr, sehr viel zu kritisieren hattest an der Partie in Paderborn? Ja, das ist ja meine Sicht eben und auch meine Neutralität, die ich mir bewahre, einfach nur meine Dinge eben hier in den vier Wänden mit der Mannschaft zu sehen. Und ich glaube schon, dass wir nochmal, dass wir besser spielen können. Wir dürfen so keine Partie beginnen, wie wir es in Paderborn begonnen haben. Wir wissen alle, dass ein Elfmeter, der gehalten worden ist, uns komplett im Spiel hat halten lassen. Ich glaube trotzdem auch, dass wir trotzdem eine Mannschaft sind, das haben wir jetzt auch gezeigt, die auch wieder zurückkommen kann. Und das ist auch eine gewisse Stärke. Das bringen wir schon mit rein. Aber ich habe halt auch ein paar Dinge gesehen, wo ich sage, naja, da müssen wir einfach und können es auch besser spielen. Auch mit Ball mehr bessere Lösungen finden, dass wir zu mehr Torabschlüssen kommen, mehr Torchancen uns erspielen, gegen den Ball ist klar. Es gibt eben gegen die Dreierkette, gibt es, wie in jedem System, gibt es Schwachpunkte, die für uns komplett klar sind, die der Gegner, das sieht man auch immer beim Gegner, wenn er den Flügel doppelt besetzt, wenn er die Ausverteidiger flach lässt, um den Ausverteidiger von uns weit zu ziehen, wenn die hintere Reihe dann im Eins gegen Eins steht. Das wissen wir alles. Also das kann uns nicht überraschen, wenn der Gegner dann so auf... Aber trotzdem gibt es dann immer wieder die Momente, wo die Jungs das vergessen auf dem Platz, wo die Mechanismen dann auf einmal nicht greifen. Das gefällt mir dann nicht und das ist das Detail, was wir dann sehen und das tue ich dann ansprechen. Deswegen, nochmal, ich bin natürlich total happy, dass wir so zurückkommen, dass wir so eine Leidenschaft zeigen, dass wir uns dann auch dagegen stemmen, dass wir dann auch, wenn das Spiel so fluide ist, wie die Paderborner das machen, wo du einfach auch mal sagen musst, Jungs, es gibt jetzt kein gelenktes Pressing mehr, es gibt kein... Sondern wir müssen jetzt laufen, müssen Bälle blockieren, müssen Zweikämpfe, dass sie das dann machen, um einfach zu zeigen, jetzt sind wir dran und wollen unbedingt den Sieg. Und das ist dann wieder das Positive, was ich herausstellen möchte, ist eben, wir haben ja in Lautern einen richtigen, was heißt einen Schlag bekommen, wir haben ein Spiel, was wir 2 zu 0 geführt haben, haben wir abgegeben, haben Gott sei Dank noch 3 zu 3 gespielt, aber dieses Spiel war elementar wichtig, um gegen Nürnberg präsent zu sein. Und das Paderborn-Spiel war dann im Nachgang für uns auch wichtig, um wieder ein paar elementare Dinge einfach anzumerken, um jetzt gegen Düsseldorf am besten schon besser zu reagieren, besser zu spielen. Es ist aber kein Treten auf irgendwas, weil wir schon auch, natürlich wissen, wir haben eine gute Punktzahl, aber ich finde es total spannend, dass wir eben, glaube ich, diese Dinge auch mit der Mannschaft dann positiv, in dem Fall kritisch sehen, um uns weiterhin zu verbessern. Sonst noch Fragen zum Düsseldorf-Spiel? Die gibt es nicht, dann bedanken wir uns, vorher kommen und freuen uns dann am Samstag auf insgesamt 15.850 Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke. Das war's mit dem Neuesten von den Linien, präsentiert von Krombacher.